Du als erstes. Spannend. Du kannst gut, Mannschaft, aber auch... Also wirklich sehr gut, aber auch scheiße. Also ich bleib in der Liga übrigens, ne? Ich kann schlecht, glaube ich. Ist okay. Glaube ich nicht mehr einfach. Kann's ja nicht mehr, ne? Einmal hätte ich noch gekonnt, aber ich glaube ich nicht mehr einfach. Ne, dann schon wieder. Ich habe erwartet. England, oder? Jetzt mal darfst du noch. Was sagst du? Okay, in der Liga. Championship. Liga 2. Einmal darfst du noch, oder? Ich glaube bei der Liga darfst du noch einmal. Liga 2. Jetzt darfst du dreimal um. Jetzt darfst du dreimal um. Liga 2. Okay. Ich mag die Figur. Das ist so unfair. Du hast vier Sterne mehr wie ich. Ihr und? Das hat nichts zu heißen. Junge, warum sind meine Spieler so schnell? Ich finde das zu teils. Hat das wirklich was mit den Sternen zu tun? Es ist halt die Qualität. Entweder du nur auf den Stern spürst. Ja. Ja, das ist das Coole, dass da halt auch solche Menschen dann bei so einem Kommen nicht nur diese Kassenklassen geben. So hast du auch dann nochmal so eine kleine Herausforderung, wenn du halt Sterne weniger hast. Was ist das Beste? Ich schiebe einen auch bisschen schlechter. Das ist halt ein bisschen besser. Oh. Ja. Und der Tor war jetzt immer halt so krass. Hast du gehört, was du gesagt hast? Digga, was willst du von? Ich habe einen Stern. Ich bin in der letzten englischen Liga. Alles wegen bist du trotzdem gut. Ich habe nicht so viel mit den Spielern. Die sind wirklich überhaupt nicht schlecht. Eben, sag ich doch. Oh, Junge, wer der Reiniger? Oh, Junge. Oh, Junge. Ich habe einen kleinen Kasten. Oh, Junge. Ja, oh, Junge. Ja, oh, Junge. Ich habe einen Platz mit. Ich kann nichts machen. Ich bin jetzt in der früten spanischen ersten Liga. Ja, sie spielen den Englisch-Retschen wieder. Ja, richtig. Wie gesagt, es hat nix wirklich mit den Spielern alles zu tun. Ah, doch. Klar, sie wirken mit, aber deswegen ist sie trotzdem saugut. Wir haben einfach nichts gesehen durch die Sonne. Bom. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? War aber wichtig, sonst wärst du durch. Man muss ja einfach mal Person drauf schießen. Oh, Junge. Alter. Alter. Ich hab gedacht, er geht mal einen Ball drüber, so wie der aussah. Ja, abseits. Fika, weißt du, mein Bestjahrspiel hat nur 65. Hä? Ja, komm. Aber der Lattenschuss war nicht schlecht, oder? Das Ding ist, ich hab den Ball ja zurückgepasst und der ist ins Tor gegangen. Ah. Ah. Weil du hingefallen bist, aber... A gibst zu, der Lattenschuss war nicht schlecht. Mein Speicher. Oh, danke. Bis jetzt hat es immer bessere Mannschaft. Also die hier... Ja, aber die war nur minimal besser. Schon. Die hier ist jetzt krass besser. Aber die Feuergehende war nur minimal besser. Die war fast ausgeschnitten eigentlich. Es ist... Es ist... Es ist einfach so warm. Du hast viel mehr Ball besitzt. Das stimmt schon. Alter, Junge, da habe ich ja gerade so den Ball berührt, wenn das kein, kein Paul war. Das stimmt schon, ich habe mehr Ball besitzen. Viel mehr Ball besitzen. Warte, 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 das will ich mir mal angucken. Was ist denn da gerade passiert, Alter? Ich glaube, der wäre einfach reingerollt. Warte, Alter, die Zeit. Zeit bleibt stehen. Also, ich habe dir in die Fresse geschossen, habe dich weggerammt und Tannes da reingerollt. Was war das denn? Das ging ja so schnell. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, Digga. Bis 50.000 Ball mit Tamela. Alles Gutelein. Ich bin es doch da weg. Ja, der kommt da an. Oh mein Gott. Was? Was? Ihr kämpft. Ihr sollt kämpfen. Ihr sollt die Flechte machen. Was war das denn? Alle brechen zusammen, Digga. Alle brechen zusammen. Es ist schon belastend. Was war das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist eine Maschine. Wie der beste Stürmer der Welt. Was war das denn, Alter? Hä? Einfach. Also, den hätte man schon halten können. Ja, auf jeden Fall. Profi-Stürmer hätte ich dann halt da. Nämst jetzt. Das. Fehler vom Abwehrspieler. Das stimmt. Den habe ich mir verdient. Ja, auf jeden Fall. Klassisch. Ich bin stolz auf dein Blitz. Ich bin stolz auf dein Blitz. Ja, klar. Jetzt. Also. Alter. Ich habe einen scheiß verletzten Spieler wegen dir. Nein, du sagst auch immer, der muss dritte bleiben. Ja. Aber deswegen habe ich ihn trotzdem. Meine Mannschaft ist eine Kämpfermannschaft. Ja, scheiße. Mein Kämpferherr, sauer. Du hast sie gerade quasi selber an uns beingestellt. Okay. Sehr schön. Das ist mein Verletzter. Ich sag dir, der will sich noch an dir rächen. Ja, Elfmeterschießen. Aber erstes nach Spielzeit halbzeit war ich besser. Mhm. Komm mal Play. Ja, genau. Der verlenzte Spieler. Ja. Ja, alles gut. Oh. Hätte ich dir nicht reingemacht, hättest du gewonnen. Ich muss treffen. Ja. Wenn du nicht triffst, geht's weiter. Hä? Was war denn das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den nochmal so in die Mitte gelegt. Okay, weiter. Ja, der war verpackt. Der letzte war verpackt. Mein Elfmeterschießen von so scheißauern Botten. Glück gemacht. Oh mein Gott. Aber verdient an die Bandschaft. Ja, auf jeden. Der ist alle reine. Das könnte es anderen. Das könnte auch be kung asserschירungsanz cambiar час� conflicting. So, dem du buddy bist. Garden ist einfach mal auf masculin, Szene nicht so schad vale. Es könnte sich dafür sein. From 11.